Musik 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 Warum denn nicht? Können wir das jetzt mal probieren? Oder? Achso, äh Ich glaub bin ich dumm Wir brauchen ja Wir brauchen ja solche Dinge Guck mal Wie heißt denn die Nummer? Smelt Retrain, alles klar Ah, ich glaub ich weiß sogar, wer die baut Ich hab's nur merken können Davon brauchen wir jetzt neun Stück So 3 4 5 6 7 8 9 1 4 5 6 8 9 So Äh Pff Ich denk einfach mal, dass es es war Ich hoffs einfach So 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 jetzt kommen mal hier die dahinten und hier die da oder warum sind die so unsichtbar ok machen wir mal Shade mit aus so und kann ich jetzt hier echt Gravel machen warte ne kann ich Sand oh shit ich kann echt Sand machen warte shit einfach nur so warten wir mal kurz bis das schon wieder Exit abgeschmiert hat ich krascht aus ne Gott warum ist mein Ramm so ausgelastet ich mach doch nix außer Exit spülen so wie lang noch was kann man da noch alles machen ich bin gespannt was da rauskommt Sand 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 so jetzt muss ich eigentlich da fertig sein ok hier sehen wir die Füllanzeige so Sand ist fertig oh leu was ist denn das ok wenn ich das jetzt hier rausfülle was ist denn das Clear Glass äh was ist denn das anders wie an dem ich hab auch ein normales Klass dabei warte was soll denn dem anders sein warte nee dä ich verstehe es nicht so kann man hier das auch machen wuuuuuuuuh weé geiß oh leuut Klikklipp klik 750 was ist denn das hier oh shit oh my god alles klar schmeißen wir das hier mal weg oh nicht ist da aber ich gehe mal solange die Bücher holen und das alles hier mal verstauen so und zwar nein nicht diese Bücher sondern die beiden Kies das tue ich jetzt einfach auch mal hier rein Sand Clear Class was will man mit Clear Class bitte sonstiges so nein jetzt gucken wir mal ob man das aktuelles schon machen können so das ist Mifs Melting jawohl was kann man denn hier schönes machen man kann Bronze machen Aluminium made from 3 Copper und 1 Tin Aluminium Brass was ist das Aluminium made from Aluminium to Iron to Obsidian Plane Case made from Aluminium Brass Gold Gold into an empty Casting table Casting table We are using crafting this up and can be remelted Podcast Podcast okay oh lol okay okay so möchte ich das ja das weiß ich ja alles wenn ich ich kann da auch Cravel rein tun what so im Grunde soll ich da Cravel rein tun weiß ich kann da Obsidian rein da kommt dann med der pack einfach nur so wie viel sind da noch drin 116 das wird immer mehr Mama what shit nein will ich nicht ich muss noch welche kurz von den Boxen machen denn sonst dauert es ja ewig so wenn wir mal gleich ein bisschen gießen dass wir endlich mal ein bisschen mehr mit Hexen machen denn so es weiß sonst immer nur so was weiß ich Farmen und erkunden und keine Ahnung was so alles klöschen so immer schön hin und her wechseln das passt immer ganz genau hallo eins zwei hallo achso ist nichts mehr drin ah oh was machen wir jetzt mit dem einfach abwohnen oder so so hier ist ein scheiß Clear Class okay jetzt pass mal auf wir machen jetzt mal warte wir wollen erstmal warte wir wollen erstmal äh äh miau Mama warte wir wollen erstmal das andere ich brauch erstmal das andere Buch ficken so gibt's irgendwie noch ein drittes Buch das hier und das nehme ich jetzt einfach mal ich nehme jetzt mal mit Tin Aluminium ja Aluminium Eisen Copper Gold und Diamant geht nicht so ich nehme jetzt einfach alles mit Atomite Anu... 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 U... U... In... Gott W... WTF einfach nur Kobalt